Hallo Leute, ich bin von Pris-Zegarn, ich komme aus dem Konto. Ich habe heute ein Konzert gehabt und habe schon mal die Freunde hier angeladen. Manche arbeiten, weil da ist immer eine Familie von mir. Und das war wieder ein anderes Konzert, wo ich gerne den Auge haben will. Und Laurent ist einer der besten Nachwuchs im Fußballbereich. Er ist ein Golf-Fupper. Und wir machen das so gut und versuchen ihn zu unterstützen. Weil er ist eine Nachwuchs und eine Zukunft in Österreich. Noch einmal mit Pris-Zegarn und wie heißt du? Laurent, meine Schwester, Antonia. Ja, Laurent bleibt da, geht weg. Und Alex, jetzt Laurent, hast du was zu sagen? Ein bisschen? Ich habe uns etwas sehr gut und sehr geladen. Auf jeden Fall. Du könntest auch vielleicht bei Pris-Zegarn auch deinen Kanal abonnieren. Super. Das heißt, Laurent hat gerade gesagt, man könnte auch bei mir abonnieren. Und wir abonnieren bei ihm. Und wir machen einen Art von Link, wie ich verlinken muss, oder? Super. Und ja, alles Gute zu Hause, frohe ihr seid. Wir sehen uns wieder. Tschüss! Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollten uns bei euch bedanken, dass ihr uns abonniert habt. Jetzt sehen wir mit über 150 Abonnenten. Das ist wirklich cool von allen, die uns abonniert haben. Danke für die Abonnenten. Tschüss. Danke. 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 Ich bin Lollis Bruder und danke, dass ihr uns abonniert habt. Tschüss. Danke. 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 Tschüss. Ha G 2007. traps alg finns Owen. Moskoma. Danke für die Abonnenten! Tschüss! Hallo liebe Leute, ich bin Natunia Harich und das trinke ich jetzt jeden Tag und ich habe das gekauft. Ronaldo trinkt es auch und ja, tschüss! Tschüss! Musik 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 Und ja, jetzt kommen wir nach Hause mit den Schildern ein bisschen zuhause. Und vergesst nicht zu abonnieren. Danke, bitte! Und auf jeden Fall Angelo Brisky, alles zusammen, kleingeschrieben. Und Ryan und Barri unter 1 und Barri 2. Ja. Tschüss! Zwei, zwei, drei! Danke für die Abonnenten! Tschüss! Hallo, ich heiße Cino und ich spiele Fußball. Ich bin jetzt da und ich kenne Laurent, weil er ist ein guter Tormann. Er hat mal bei uns Probe-Filling gemacht. Er hat eine lange Zeit bei uns gespielt und abonniert ihn bitte. Weil er ist ein guter Fußballer. Und er will YouTube viel erreichen. Und bitte abonniert ihn! Tschüss! Dann probiere ich jetzt alle Hasenohren. Wir sind wir! Wir sind wir! Wir sind stärker als die Stier! Wir sind stärker als die Bahn! Weil man kommt nie an als Tag! Hallo, Servus! Jetzt, wir sind in Wien und heute ist 2. Juni 2019 und dann wir sind mit Viya, Florence, Florence, Schwestern und dann haben wir Spaß! Wir haben uns sehr spontan gefunden und dann jetzt, wir sehen sehr mögliche, bekannte Personen für die Zukunft. Und dann, bitte nicht vergessen zu folgen! Und dann, in diesem Kanal, Sie können abonniert machen und dann viel Glück! Es gibt ein gutes Geschenk! Sie können irgendwo in Wien das einfach suchen finden und dann bitte folgen Sie! Und dann, hier ist sie Lorenz! Es ist da! Es ist da! Es ist da! Es ist da! Tschüssi! W 16. W 17. Gibt es noch einen guten Tag noch? Tschüss! Bessere Aufgaben oder die...? Es ist das, was ich weiß! Oben! Ich weiß ja nicht! Es ist das, was ich! Oben! 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 Merci. Merci. Obrigado. Ratondo. Anxanti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501